Du bist hyperaktiv? Ja, das finde ich. Nee, warte mal. Du hast A gesagt. Du bist A. Okay. Carlios, der Dritte. Hä? Was ist denn los? Hä? Was ist denn los? Och, nö. Ernsthaft. Warte, warte. Ich habe nur dieses kleine Stück. So, bitteschön. Warte. Das liegt auch immer. Nein, so, warte. Äh, ich, das muss jetzt einfach mal sein. Einfach mal so, just for fun. Dich geärgert. Läuft. Jetzt gibst du mir dafür 10.000 Eisen. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch, Vertrag wird festgehalten. Da kann... Das heißt, diese Augen. Ich habe keine, ich habe keine coolen Augen. Mann, warum nicht? Guck mal. Wenn du wolltest. Äh, die kannst du dir aber selber machen. Wie kann man die nicht machen? Versuchen. Äh, doch hier mit einem Mana-Infused-String und acht mysticke Blackpilze. Er ist ein anderer. Okay, dann kann man die nicht machen. Warum gibt es hier grünes Fleisch? Ja, gut. Ich wollte mich eigentlich um die Schmelze kümmern. Ich brauche bestimmt noch Sand dazu. Äh, ja doch Sand sogar. Wer macht das? Warum benutze ich nicht den Bond? Pau. Pau, Pau. Pau, Pau. Ich haue nicht zurück. Warte. Ach, dann brauche ich noch einen Ofen. Will der mich... Äh. Warte. Ne, das ist egal. Das ist ein Rapier. Der geht durch die Armor. Wie viel Schaden macht der? Äh, drei. Zwei in allem. Ja. Ist drei. Mission complete. Nee, ist sogar mehr. So, äh, jetzt muss ich warten. So. Vor allem hat er einen schönen Zusatz-Effekt, den ich draufgeknallt hat. Er halbt mich um einen Teil der Schaden, den ich mache. Cheater. Äh. Ich wollte ja meine Dirt-Produktion automatisieren. So, ich bin weg. Okay. Ich hoffe, du sprichst ja leer. Okay. Ich würde jetzt so lachen, du springst daneben, Jetpad leer und du bist tot. Geh mal noch Slash-Home auf, äh, Short-Taster. Cheetaaaaa. Ja, äh, Kohle hier, aber. Melvin? Ja. Nix. Ne, aber, Melvin, Melvin, jetzt mal ernsthaft hier noch Butterball-Fischer. Ja. So, jetzt machen wir erst mal die Dirt-Produktion und dann kümmere ich mich um den anderen Schnallerer-Tatz. Äh, so. Jetzt hab, ey, jetzt hab ich meine Stein-Axt weggemacht. Wo ist die denn? Axt, 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 die ist weg. Oh, shit, diese dumme Flieger. So, ich brauch Holz, Holz, Holz. Holz, 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 Holz. Melvin? Hast du Holz? Ja. Bringst du mir mal ein Stack vorbei? Ich hab, ich hab, ich hab kein Holz mehr in den Kisten. Dann, dann kannst du's dir ja gerne abholen. Ich hab, ich hab 24 Holz grad auf der hohen Kante. Aber, nein. Leucht dir das? Ey, ich farb grad selber, ich war einfach nur Sliven-Ärger. Man, ich hab auch Fancy-Holz. Ich hab auch noch Slime-Holz. Und ich, oh, ey, ey, es kann nicht wahr sein hier. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Ähm, Melvin, du warst nicht noch mal auf dem Arc-Server, oder? Hä? Ich bin auf dem Arc-Server. Auf dem Arc-Server. Jetzt. Ja, nicht jetzt. Du bist ja doof. Warum? Ähm, hast du mal nach dem Drache geguckt? Äh, in der nächsten Folge muss ich jemand anderen mobben, das wird, das wird grad zu viel. Äh, ich hab dieses Holz hier. Äh, was kann ich daraus machen? Es ist wie normales Holz, guck's dir mal an. Nur ist es, äh, wenn du es umcraftest, blau ist. Oh, guck, oh, das sieht nice aus. Äh, wenigstens, äh, ich glaub, wenn du kein Zeppling hast, ich könnte dir einen geben. Oh ja, bitte. Ich hoffe, dass er aber nicht so einen riesen Mammut-XXL-Gedöns baut. Äh, nee, der ist nur unten, äh, ein bisschen größer. Äh, der Witz wächst auch aus einem, äh, Rätzlinger, der ist unten ein bisschen größer. Oh ja, gut, das geht. Ich mach mir jetzt sowieso erstmal eine schöne Dirt-Ecke, wo meine Tierchen spawnen, damit ich auch schöne Hühnchen kriege. Hast du ein Breast-Eat? Ein was für ein Seat? Ein Gras-Eat. Äh, ich glaube, ja. Hm, da. Danke. Kattus, Zucker, Melone... Äh, wenn du nur einen hast, behalten. Oh, das haben schon gar keinen, okay. Ich hab Gurkel. Ja, die brauchst du damit, da ist vielleicht ein Sporn. Ja, das, das les ich ja. Äh, Essen kommt wieder hier rein. So, Slang-Balls da rein. Würmchen da rein. Zapplings da rein. Das da rein. Witz da rein. Ich mach das Holz weg, obwohl ich's brauche. Läuft. Ich geh jetzt mit dem richtigen Häuschen hin, oder ist das die falsche? Ja, das ist die richtige. Ich hab die Neufer schon nicht angefangen. So, ah. Dahin. Dahin. Oh, Minecraft-Musik. Je, du spielst Minecraft. Oh, ja, sorry, das darf man nur heutzutage nehmen, ja. Ne, Minecraft ist mittlerweile der Weh in, weil jetzt ist dieses Kinderspiel Fortnite. Ey, ich spiel das auch. Ja, aber früher hieß es ja immer, ey, Minecraft-Kitty, jetzt ist es Fortnite-Kitty. Ach, cool, ich zähl mich noch als Kind. Aber ist doch so. Eio, mir gefällt's. Die sind alle Gamer, also. Oh, als wäre die Leder. Alcat herausgefunden, wie ich an Leder kam. Gamer müssen zusammenhalten. Vor allem die, die Fortnite spielen. Ja. Was? Die Gamer muss zusammenhalten? Ne, ich bin gegen die Gamer. Du bist... ...gegen die Gamer? Ja. Ah, die Gamer. Oh, ernsthaft? Jetzt fällt hier ein Krankenwagen vorbei. Ah, Gott. Krankenwagen-Eck-Kitty. Na ja, man muss nicht unbedingt zeigen. So. Jo, dort wird hergestellt. Dann, Pinkers, ich brauche einmal das da. Hammer. Ich brauche einmal das da. Warte mal, ist das der Ausgangs-Mattery-Train? Ja. Wie heißt das Holz? Ne, ne, ne. Dann machen wir zwei. Ich brauche den Controller einmal. Ich brauche einen fucking Ofen dazu, seit wann das? Ey, nein, das ist das Falsche. Was? Ach ja, hier ist Battery-Controller, stimmt. Oh, Gott. Ähm, ich brauche dann ein... Ne, zweimal das hier. Was du bauen wolltest, ist der Freundes, dafür, dass du bis zu 16 Items mit ein... Auf einmal schmelzen kannst. Ja, ich bin auch irgendwie gerade... ...nicht ganz bei Sinnen. Fühlt sich einfach beobachtet. Ne, das nicht. Aber ein bisschen unter Druck, weil ihr schon alle soweit seid. Sag mir das mal. Hab ich doch gerade. Hast du nie mitgekriegt noch? Kannst du mal einen der Satzlinge eben setzen? Von denen, die ich dir gegeben hab? Ach, das geht doch. So sehen die Bäume. Ach, das geht doch. Das ist sogar, glaub ich, die Maximalgröße von den Bäumen. Das geht doch. Und du kriegst sogar Essen aus dem, äh, Dings hier. Wenn du hier guckst. Äh, Qüste Mineral Chunker... Äh, ne, die hier. Was ist das? Die kannst du essen. Mein ich. Taste and... Elimin... ...D... ...D-D-D... ...Gut, Peter. Hm, ich hab sie noch nicht probiert. Probier sie jetzt selbst mal. Du weißt nur, was man die essen kann, so weit ich weiß. What the fuck? Was? Das wird hell und dunkel auf einmal, wenn man die essen tut. Ich jetzt? Auf welchen Trip bist du denn? Ich bin auf dem Manuel Berries Trip. Dazu steht Tasty and Illuminating. Cool. Okay, als die das machen, wusste ich halt nicht. Oh, ist doch cool. So ein kleiner Special-Effekt am Rande der Folge. Achso, Melvin? Ja. Ich warte noch auf Salz. Hol dir es ab. Nee, du hast den gleichen Weg wie ich. Nee. Doch. Zu dir wurde keiner gebaut. Ja, Mama Melvin. Wir hören gleich auf zu spielen. Wir wissen, dass es so spät ist. Ey, ich kann nichts dafür, wenn Hintergrundgeräusche da sind. Dann schneid' dir aber recht. Doch, push to talk. Nee. Das steht sogar doop in meinen Regeln drin, dass er das eigentlich anhaben sollte. Oh, äh. Habe ich denn selbst nicht an? Ich habe Moni an. Ja. Es ist halt hauptsächlich, es steht auch dazu, weil niemand will hören, was ihr für Geräusche macht, beziehungsweise wenn ihr esst, eure Essensgeräusche. Nee, dann mute ich mich. Ich auch. Ich mich nicht. Dann mute ich mich entweder oder wann vorher vor, dass ich jetzt nebenbei esse. Hier, äh. Mal ganz ehrlich. Wann habe ich mich jemals beim Essen gemutet? Gar nicht. Also. Nie. Doch. Wenn ich nebenbei was gucke, dann mute ich mich. Zum Beispiel diese schöne Best-of-Folge von dir. Schleichwerbung. Du schuldest mir jetzt die 50 Euro. Du hast doch Werbung gemacht, nicht ich. Du schuldest mir trotzdem 50 Euro. Ich habe Schleichwerbung für eine deiner Folgen gemacht. Ich habe dich drum gebeten. Zu spät ausgesprochen. Doch, ich habe gehört, dass du ihn drum gebeten hast. Aber, Melvin, du weißt doch, ausgesprochene Wörter kann man nicht mehr zurücknehmen. Jetzt hast du das Problem. Dann sollte man über diese Wörter nachdenken. Aber man kann sie in einem Video rausschneiden an sich. Äh. Ja. Erstens. Ich schneide meine Videos sehr, sehr selten. Das sind One-Take-Aufnahmen. Deswegen kommen auch Versprecher immer drinne vor. Oder so Sachen, wenn ich einfach mal totspringe. Oh, lol. Du kannst aus diesen Illuminating Berries Fackeln herstellen. Nein. Jetzt fehlt mir das... Oh, ernsthaft. Ob ich jetzt... Ach, ich könnte rasten. Melvin, das ist einfach alles deine Schuld. Meine? Nicht mal meine Maschine bearbeiten. Boah, weißt du, das ist mir... Ich habe wenigstens schon eine Maschine. So, und was hast du? Eine Wolke. Wow. Kalios der Dritte. Eine Wolke, die er sich nicht mal selbst erarbeitet hat. Stimmt. Fauler Sack. Ihr habt sie mir geschenkt. Geschenke nehme ich dankend an. Wer sagt, dass ich sie dir geschenkt hätte. Ich klaue sie dir irgendwann wieder. Du hast sie mir aber gegeben. Ja, dass du drauf aufpasst, weil der scheiß genommen so oft auf der Boden... Du nimmst Geschenke gerne an. Okay, ich komme mal kurz mit dem Geschenk vorbei. Warum ist Tarox bei mir? Hä? Hä? Weil er gerade im VC ist. Denkstoß? Nein, 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 nein. Ich habe ein halbes Herz. Ja, 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 Denkstoß, Denkstoß, Denkstoß. Hemmung, Hemmung, Hemmung. Schon ganze Zeit. Hemmung, Hemmung, Hemmung. Darf ich? Nein. Hemmung. Hemmung? Nein, darf, darf, darf ich. Werland, bitte lass mich, bitte lass mich. Nein. Nein, niemand darf. Oh, das kam gut. Aber warum hast du das jetzt gemacht? Mal so gefragt. Weißt du, hier kommst du mit deinem Leben raus. Das gilt als Tod. Nee, erst wenn du 50 Euro gezahlt hast für die Werbung. Was für Werbung? Ich habe für seine Best-Off-Folge von Stranded Werbung gemacht. Wie bekomme ich jetzt diesen Todesstrahl hier weg? Du drückst J. Hast du unten, nachdem du das Ding, nachdem du auf Close gedrückt hast, hast du unten ganz links so ein Prisma, nenn ich es jetzt mal. Der heißt Spraypoints und da kannst du den weg machen. Passt. Braucht jemand 19 Fackeln? Ich brauche meine nicht mehr, ich habe jetzt schönere Fackeln. Äh, nö, ich mache mir jetzt auch welche aus diesen coolen Beeren. Mal gucken, wie die aussehen. Melvin, 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 Melvin. Boah, die sehen echt gut aus. Die werden heller als normale Fackeln. Wow. Also, das geht gleich erstmal ins Zendanier-Mopfer. Die werden auch heller als normale Fackeln. Äh, ne, die sind genauso, das sieht man nicht. Also, hast du Shader drin? Ne. Da sieht man das eigentlich. Dass sie ganz normal sind. Äh, Light Level. Äh, Light Level 15. Normale Fackeln. Light Level 15. Auch. Äh, ich habe ein Blood of Magic, Dagger, Ostfarty, Dingsbums, äh, aus einem Lootback bekommen. Und schon wieder Energetik erläutert. Äh, ja gut. Das läuft bei mir gerade bei den Lootbacks. Na, der nicht, der fliegt so weg. Oh, Silikon nehme ich da gerade an. So, ich hab ne Bohne, Melvin, ja nicht. Ich will keine Bohne. Dann kriegst du keine. Fuck. Die könntest du dir natürlich geben. Und vielleicht hast du Glück und das nächste Bohne ranke da raus. Wofür brauche ich Bohne ranken? Um hochzuklettern. Wofür? Aber bei deinem Glück kriegst du eher einen verkrüppelten Penis raus. weißt du nee doch das Projekt läuft schon zwei Tage und ich werde hier verdammt wenn es nach den Aufnahmen geht läuft es eigentlich schon seit drei Wochen ich beende erstmal die Aufnahme bis zum nächsten Mal